Irgendwie die Hälfte ist weg, ne? Lameys, Lameys Gruppe geht weg. Da ist der Muge. Ja, ich gucke gerade. Ich gucke auch gerade, wo es ist. Wahrscheinlich ganz unten, wenn ein neuer Team geht. Ja, stimmt. So, hello. Hallo. Hallo. Wollen wir alle nehmen, oder was, und dann gucken, wenn wir einen random bekommen? Nee, also, mir ist es egal. Okay, können wir machen. Wollen wir durchlaufen? Wollen wir eh so rullert. Wenn ich ihn sehe, muss ich irgendwie... Achso, Shorty? Toxic! Wir können doch auch einfach alle einloggen. Dann können wir doch abbrechen, bitte. Okay. Ich will den nicht viel, dann. Mhm. Interesting, interesting hier. Bitte lass uns das abbrechen. Alter, das merke ich mir. Awww. Manchmal bin ich auch einfach echt dumm. Nein, das war alles kalkuliert. Ich dachte so, wir können doch einfach alle einloggen. Und dann gucken wir einfach, wer kommt. Aber das dann einfach nicht mehr zur Option steht. Okay, okay. Ja, ich wollte ihn eh nicht als erster spielen. Kein Problem. Das ist mir so unangenehm, ey. Das ist mir so unangenehm, ey. Und jetzt denkt sie sich so gerade, ha! Alle abgezogen. Ja, ich will. Ich würde ihn am liebsten jetzt als letztes spielen. Alright. Ich hätt's ja Lamy gegönnt, dadurch, dass er die Gruppe erstellt hat. Aber ist okay, Shorty. Ja. Die schlechte Gilder. Die schlechte Gilder. Richtig schlechte Gilder. Okay. Aber ich finde die Animation von dem Stab, wenn er den rausholt, ultra nice. Wenn er den rausholt, so geil. Ja, das ist ja auch geil. Eigentlich will ich nur mit dem Messer rumlaufen. Den ganzen Abend. Ja. Ich hab grad mal das, wovon das Battle Pass Knife. Das ist eigentlich schon gut. Ich glaube, der Battle Pass ist schon eher einer der Besseren wieder. Ja, muss ich auch sagen. Ich bin deutlich besser als die davor. Ja, hab ich grad mal drin. Das ist, boah, hässlich. Also in meinen Augen. Wie sieht das aus? Mir fällt da kein Vergleich ein. Aber irgendwie so ein Kinderspielzeugmesser. Ja, ich find's Aladin. Auch kein schlechter Vergleich. Ja, auch kein schlechter Vergleich. So, jetzt Bretterdreh. Ja, der ist rein da immer. Die Ghost hört sich gar nicht so bad an. Ich smoke für B. Wir können einfach B gehen. Auf geht's. Ich wollte das. Oh, das sieht so cool aus. Schau, die macht was cooles. Du bist der cooler Agent. Was cooles. Vielleicht Mitte? Ein Gegner übrig. Ey, wenn die... Wenn der die neue Ghost rauszieht, das sieht erst so aus, als würdest du eine Classic rausziehen. Ja, und dann kommt der Lauf, ne? Dann kommt der Schalldämpfer dazu, ja. Ja, ich glaub, das Bundle ist eh ganz cool. Also, ich werd's shoppen. Ich hab wieder los draus. Die zwei vielleicht ein bisschen zu übertrieben so, aber sonst die Skins an sich. Mhm, ich guck's auch gar nicht schlecht. Vor allem die Ghosts. Ich glaub, die Ghosts am geilsten. Vor allem, ich glaube, manchmal rotiert der den Stab rechts rum, manchmal links rum, oder? Es ist vollbracht. Hm, ich krieg's halt nicht hin. Hm. Was hast du versucht? Äh, wenn du beim Knife... Chat, jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Fühlt sich ganz kurz so, als würdest du dein Lichtschwert rausholen. Äh, wusstest du, dass Wukong Son Goku von DragonBird darstellen soll? Ist das so? Mal A gehen und wir gehen einfach mit meiner Wall irgendwie... Ja. Ich hör die Steps irgendwie kaum. Ja, das machen... Ja, das ist sehr leise, ne? Die Steps sind irgendwie anders. Du hörst fast gar nichts mehr. Los, Pulse ist vorbei. Guter Punkt. Also du hörst die Gegner gar nicht mehr und deine Mates auch laufen. Ich flasche direkt durch für die Shorty, links. Stimmt. Und einfach elbow-gaten. Aua. Oh, du hast mich gerade damit gehittet. Wollte ich nur mal kurz sagen. Du hast mich gerade mit dem Ding durch die Land gehittet. Wuh, auf der Minimap sieht das ja cool aus. Und dann bist du auch verwundet? Ja, 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 genau. Na, beide hier. Beide an der Smoke, links. Storm. Spike in A. Spike in A. Also, ISO muss... Er muss mit seiner Ulti... Äh, mit seiner E. Muss seine Deadlock-Ulti überleben. Muss er. Ja? Okay. Er muss ja eigentlich auch mit seiner E. Eine Deadlock-Ulti überleben, richtig? Wenn das bei Race der Fall ist. Die Frage ist, wie lange zieht die Deadlock-Ult? Wie lange zieht die? Sind das... Wie viele Sekunden? Äh, acht Sekunden immer. Immer acht Sekunden. Aber beim Aufprall dürft ihr noch... Das heißt, du musst mindestens die Hälfte von dem Statusbar noch haben. Sonst läuft der Effekt ab. Weißt du, was ich meine? Nee, ich... Und welchen meint ihr? Von dem Double Tap? Vom Double Tap? Ja. Wenn du unverwundbar bist, dann läuft das ja für 15 Sekunden. Du bist 15 Sekunden lang unverwundbar. Wenn der aber halt bei sieben Sekunden noch ist... Dann bist du, wenn der Damage reinkommt... Nicht mehr unverwundbar. Okay. Ich ulte das. Aua. Oh, close, Link. Okay. Hier, Link? Wir müssen irgendwo Side sein. Einer Mitte. Ich plant einfach. Ja, hoffe. Da ist einer Market. Market's Flash. Du hast Market gesmoked? Ja. Das ist cool. Das ist insgesamt cool. Seht ihr? Seht ihr da auch noch einer? Jawoll. Market? Ja. Ja, tatsächlich. Nicht mal gelogen. Cool. Also ich muss sagen, ich finde die Battle Pass-Skins tatsächlich alle echt nicht schön von den Waffen her. Aber die Sprays... Ja, die Sprays sind sick, ja. Ich glaube, ich hatte noch nie einen Battle Pass, wo ich mich so auf die Sprays gefreut habe. Ich würde nur die Sprays alleine kaufen für den Zehner. Mhm. Die sind so süß. Guck mal. Guck mal. Ja, die sind wirklich... Die sind cute. Ah, ich habe Cooldown. Hier. Das bist du, wenn du Jet spielst. Auf Ascent. Das ist wirklich sehr cute. Hm. Leute, wissen wir was richtig geil ist? Wenn du den Stab rausholst und ungefähr eine Sekunde später dann inspectest. Alter. Wenn du spielen willst, spielen wir. Die Wand steht. Hier nimmt jemand einen Orb auf A. Die Schatten bewegen sich. Mhm. Ich komme zu dir. Ich hege die Wall vor. Nice. Oh, der Sound. Eieieiei. Gib dir für Main... Hier ist einer! Oh mein... Hä? Hä? Nur du und ich. Oh, tschüss. Let's go. Let's go, Lea. Ja, das war cool... Ich war einfach in der Ulti. Jawoll! Aber du kannst ihn auch richtig gut abcampen. Genau so wie bei Phönix. Du wartest einfach, bis er wieder aus der Ulti herauskommt. Dann kannst du snacken. Seitenwechsel. Wenn ihr den Stab ausgerüstet habt, müsst ihr den mal rausholen und dann in einer Sekunde inspecten. Dann dreht ihr den in die andere Richtung. Ich finde das sieht ultra stylisch aus. Wann macht das? Also du holst deinen Stab raus und nach ungefähr einer Sekunde inspektest du. Denn erst dreht er ihn nach rechts, dann nach links. Ich finde, das sieht einfach sehr clean aus. Ja. Ja, das stimmt. Weiß jemand von euch, wenn ich zum Beispiel meine E-Hitte, also Double Tap anmache, nen Kill mache und dann quasi schieße und nicht diese Bubble treffe, dann ist es vorbei, oder? Dann ist die Bubble auch instant weg, oder? Weiß ich jemand von euch? Wie wenn du schießt und nicht triffst. Weiß ich nicht. Wenn ich die Bubble nicht treffe? Naja, die ist schon ganz kurz da, auf jeden Fall. Achso, die Bubble ist zwei Sekunden hält, die will Rainer off, nur kürzer. Okay. Äh, war's B? Bitte? Äh, das ist B. Kommt jetzt. Vor A, Teams clear. Lassen sie mich durch. Ja, aber. Teams auch clear. Einer war in der Mitte, ne? Zwei vor B Main und einer in der Mitte. Cool. Cool. Jawoll. Gigi. 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 Ja, das Knife lohnt sich. Ja. So, ich glaube, Crunchy lässt sich jetzt direkt austauschen, ne? Äh, ich, äh, hat sie eine Runde gespielt? Ja, ja. Ich weiß es nicht, I guess. Also, ihr konntet es leider nicht so viel sehen, weil das Match so schnell vorbei ging, aber. Aber wir müssen die Teams dabei schon ändern, ein bisschen. Ja. Ja, wir können jetzt nochmal mixen. Ich geh grad eh nochmal hoch und frag nach. Okay. Okay, okay. Ich bin bei den Farben von dem neuen Bundle nur irgendwie unentschlossen, I don't know. Bei der Wende finde ich die zweite, den Sonnenuntergang ultra sick. Ich finde es toll, dass es die so verschiedene, ähm, ja, wie sehen wir das am besten? Zeiten des Tages? Ja. Zeigt. Das sieht total toll aus, wenn ich. Ja. Ähm, ich hab eben, auf der Wende, glaub ich, eben die Nacht gehabt und auf der Ghost diese Abendröte, sag ich mal. Mhm. Und dann waren da so die Wolken, die sich da drauf so bewegt haben und so richtig rot waren. Das sah schon toll aus. Ja. Ja, stimmt. Ah, ich werd's mich shoppen. Ich hab schon lange kein Bundle mehr voll gekauft, bin ich ehrlich. Also, ich hab auch dieses Jahr verhältnismäßig, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hab sehr...